So, weiter geht's da. Lars. Ne. Wer ist das mit der 9? Ist das Lars? Das ist Lars, ja. Ach, Lars wird mit der 9. Da muss ich aufpassen hier, du. So schlecht sind da meine Augen doch noch nicht. So, jetzt auf Marcel, auf Felix. Und jetzt schöne Flanke. Auf Dennis. Jawohl, Dennis jetzt. Serkan und Tor. Jawohl. Super, Serkan zum 1 zu 0 in der vierten Spielminute im Pokalspiel gegen TSV Burgfarnbach. Dritte Runde. Klasse von Serkan. Marcel, auf Felix. Und jetzt schöne Flanke. Auf Dennis. Jawohl, Dennis jetzt. Serkan und Tor. Jawohl. Super, Serkan zum 1 zu 0 in der vierten Spielminute. Dennis, gut angenommen. Abschlag. Schöner außen jetzt. Auf Serkan, den Kämpfer. Schön, Serkan auf Dennis. Schön gespielt. Sauber. Jetzt alle Zeit. Kann noch ein Stück gehen. Jetzt die Flanke. Jawohl. Ah, da ist keiner. Schade. Aber nochmal. Jetzt Ibo. Zu hoch wieder mal. Pass von Ono. Auf Dennis. Jetzt aber. Serkan. Dennis ist erstmal hier. Dann zum Serkan. Serkan wieder. Serkan immer noch. Schön. Auf Dennis zurück. Vorsichtig aufpassen mit einem Abseits. Zwei gegen einen. Nein. Nivo passt auf. Jawohl. Schön Nivo. Jetzt. Ah. Jetzt Lars. Ach, das. Wieder einer. Ja. Verteidigung passt auf hier von Burgfarnbach. Oh no. Jawohl. Auf Serkan. Auf Dennis. 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 Ah. Jetzt. Jawohl. Kein Abseits. Und jetzt. Wieder. Jawohl. Das ist 2 zu 0. Wieder der Serkan. Serkan. Herrlich gekämpft von beiden. Von Dennis und Serkan. In der 15. Spielminute. Das 2 zu 0. Im Pokalspiel gegen Burgfarnbach. Raus aus der Mitte. Jetzt. Komm. Voll cool. Komm. UrGUFarn. Wanten Abaal. Du hattest auch mal durch. Nein. Achest du mal. Denеди. Den. 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 Denna. Den. Denne. Den. In buraya. Jetzt Kubi nochmal. Auf Onor. Runter genommen. Schön. Jawohl flach halten den Ball. Und jetzt Felix. Schauen. Flanke. Herrlich. Da stehen drei Leute von uns. Gibt's nicht. Und jetzt Onor. Nein. Onor. Wo schießt du hin? Wo schießt du hin? Da waren drei Leute von uns freigestanden. Riesenchance. Aber prima Aktion Jungs. Weiter so. Oh. Das war jetzt aber Glück. Denn Schiedsrichter zählt es als indirekt. Und damit scheinbar hat Robert ihn nicht mehr berührt. Das sah eigentlich gar nicht so aus. Es sah aus, dass er noch dran wäre. Und aus dem Grunde zählt das nicht. Es bleibt beim 0 zu 2. Oder beim 2 zu 0 für unsere Landschaft. So, dann ist ein Wurf. Nochmal in die Mitte rein. Da ist auch keiner. Da ist keiner. Kommt auch Onor nicht mal ran. Max. Max rüber zum Kubi. Prima gemacht. Kubi. Kubi. Komm jetzt. Onor. Jawohl. Onor jetzt in der Mitte. Abgelegt auf Lars. Der kann schießen mit links. Ah. Das war genau auf den Torwart. Ein bisschen weiter in die Ecke. Und der wäre drin gewesen. So, Achtung. Kubi. Auf David. Kubi nochmal. Kubi. Kubi. Jetzt ein Schuss. Ein schöner. Jawohl. Ein super Ding. Denke Kubi zum 3 zu 0. Herrlich. Abgezogen. Das ist in der 28. Spielminute das 3 zu 0 im Pokalspiel gegen Burgfarnbach. Herrlich. Ein sattes Ding vom Kubi. Prima. Ist ihm zu wünschen. Jetzt Dennis. Und schöner Schuss. Und drin ist er. Jawohl. Das war das 4 zu 0 in der buchstäblich letzten Minute der ersten Halbzeit. 4 zu 0 von Dennis. Klasse Schuss. Super gespielt, Jungs. 4 zu 0 gegen Burgfarnbach. Das müsste es eigentlich sein mit der nächsten Runde. Und schöner Schuss. Und drin ist er. Jawohl. Das war das 4. Jetzt Basti. Basti von hinten. Auf Dennis. Ah, der hat er. Ibo. Basti hat gerettet. Nochmal Basti dazwischen. Ibo. Und Max. Auf Felix. 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 Jetzt Vorsicht mit Abseits. Kein Abseits. Nein. Jetzt hinterher. Jawohl. Jetzt Dennis. Alle Zeit der Welt. Und. Ah, da war er. Ah, Riesenchance. Es hat zu lange gedauert jetzt. Auf Adrie. Schön, Adrie. Jetzt. Adrie. Schön abgelegt vom Dennis auf Adrian. Und Schussversuch zumindest. Ah, da ist es. 1 zu 4 gefallen. In der 16. Spielmühle der zweiten Halbzeit. Total die 46. 1 zu 4. Schön gespielt auf Lars. Sie sind beide wieder neu im Spiel hier. Zurückgekehrt. Jawohl. Schöne Flanke. Ah, so hoch ist er Serkan. Oder so groß ist er dann auch nicht. Aber der ist noch warm. Der David jetzt. Und Serkan wieder. Serkan. Flanke rein. Und. Ibo. Ah. Oh, der Zweier wieder hier. Okay. Aber schön auf Onor. Onor auf Lars. Ah, Lars. Das ist nicht. Aber Onor doch noch. Mit Riesenschritten. Oh, das war gefährlich nochmal. Zur Ecke geklärt. David setzt sich durch dort. David immer noch. Jetzt. Flanke. Jawohl. Oh, alle verpassen. Wieder ein Zuspiel auf mich hier. Ich spiel doch gar nicht mit. Oh, Ibo. Ibo. Schön. Pass. Super. Pass auf. Lars jetzt querlegen. Oh, jetzt hätte er abgeben können in die Mitte zum Kubi. Schade. Trotzdem. Gute Aktion, Jungs. Oh, Basti mit schönem Pass auf. Kubi. Ah, da ist einer im Weg. Kubi, Mensch. Schuss. Oh, ein sattes Ding wieder. Schade. Leicht vorbei. Oh, tolles Ding. Super Aktion. Oh, es ist zu sehen. Oh, es ist zu sehen. Vielen Dank.